Hallo, mein Name ist Markus Hanschk. Ich war zehn Jahre als Tennisprofi auf der ATP-Tour unterwegs. Ich war die Nummer 71 der ATP-Weltangliste, war kurzzeitig sogar die Nummer 5 der Welt im Race und war die Nummer 4 in Deutschland. Ich war zweimal deutscher Herrenmeister im Einzel- und zweimal deutscher Mannschaftsmeister mit meiner Bundesliga-Mannschaft. Seit zehn Jahren leite ich meine eigene Tennisschule. Mein Trainerteam und ich, wir betreuen vom Anfänger bis zum Tennisprofi eigentlich alle Spielstärken. Jetzt habe ich mir vorgenommen, einige Videos für euch zu machen, um euch zu zeigen, wie die Tennisprofis spielen. Ich möchte dabei klar machen, was wichtig ist bei den Schlägen, auf welche Bewegungsabläufe und Dinge man wirklich achten sollte. Aber ich möchte auch mit dem ein oder anderen Irrglauben aufräumen, denn ich stelle immer wieder fest, dass auf manche Dinge geachtet wird, die völlig belanglos sind für den Schlag oder sogar hinderlich. So machen wir es nicht. Ja, das waren einige Fakten über mich. Hier unten sind die Links zu meinen ersten Videos über die Topspin-Vorhand und die einhändige Topspin-Rückhand. Damit dir keines meiner nächsten Videos entgeht, kannst du über den großen roten Button hier oben meinen Kanal abonnieren. Wenn du Fragen über bestimmte Tennis-Themen hast, kannst du diese über Facebook oder die Kommentare unter den jeweiligen Videos an mich richten. Ich werde mich bemühen, möglichst viele Fragen zu beantworten. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Tennistraining. Vielleicht sehen wir uns ja in einem meiner nächsten Videos oder sogar vor Ort bei mir in der Tennisschule. Bis bald! Tschüss!